Trinken wir auf unsere toten Freunde. Finger, Alex, Ratte und Sino. Tot? Hey, hast du den Tübel gesehen? Hast du den Tübel geschnappt? Was ist die Hanse? Nein, wer war es denn? Ich hab gehört, was er mit einer Waffen hält, der Bräben wiedergelegt hat. Woher nimmt er den Mund? Klar, Erwin, er könnte einen von seinen Trink mit dem Bass herausfinden. Welche Schmuck mit einem alten Schein hat er das? Ach, scheiße. Der neue Pops hat einen Hals auf Börben. Ich wäre sehr überreicht, dass dieser lügende Trunkenwolf bis morgen überlebt. Dann lass uns trinken. Meinst du den neue Pops foltert, den Kerl? Er könnte es, aber das ist so viel Aufwand. Bestimmt schießt er ihn einfach in den Kopf. Gutes Willen, los entfragst du mich? Ich arbeite schon für die Dämonen zusammen. Ein harter Kerl. Er ist verdammt clever. Ich wäre nicht überrascht, wenn er uns mal zur Konkurrenz der Tretjakovka macht. Warum? Es geht uns noch gut. Und damit könnten wir in einen Krieg geraten. Zur Hölle damit. Trotzdem ist es eine Schande, dass er die alte Garde erledigt. War in ein paar gute Männer. Bist du, bist du. Du lebst, dass du zuerst. Du lebst, dass du zuerst. Du lebst, dass du zuerst. Ja, nein. Schütte sagt, wir sind in den Erkrankungen der Tretjakovka. Wir sind aus Direktionalen Pro-Brain-Check gelaufen. Reinceck, das ist in den Drei-Nauten. Oh, Gott. Oh, Gott. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Ich liebe es mit dem Terror, Jörg Loft.